Jetzt ist der erste Leck vorbei. Ficken, ich wollte dir in den Kopf. Oh, ey. Das nervt gerade. Ich bin auf dem Desktop. Aber trotzdem, man merkt das richtig, dass es etwas langsamer wird. Wie langsamer. Im Halt, fielbar einfach. Wie kannst du es so schnell beschneiden? Auf was hast du denn zielen gesetzt? Ich hab's geflipst. Ey, das war ein Headshot. Das war ein Leck. Ich hab's raps an. Du kannst mir glauben. Ey, das war... Ich hab's nicht auf dich gekillt. Du hast mich getroffen. Ich hab's geflipst. Ich hab's geflipst. Ey, jetzt warte ich extra für den Headshot und dann... Ich hab's geflipst. Das wär aber schöner. Du regst hier nicht mehr auf. Ich hab's geflipst. Ich hab's geflipst. Ey, ich hab's geflipst. Ich hab's geflipst. Ja. Ich hab's noch mal geholfen. Jo. Ey, jetzt war dieser dreckige Balken im Weg! ... ... ... ... Oh! Oh. Die habe ich gar nicht getroffen. Die habe ich gar nicht getroffen. Doch, die Trennschein hatte ich schon. Für dich. Für dich. Für dich. Für dich. ... ... Askel. Ficken? ... ... Ich weiß, es war immer noch, ob du es auf den Tust schiebst. Hast du den Müll noch zu sehen? Ja, ähm... Komplett rechte Teil von dir. Ich muss ja noch durch die Zeit... Boah, ich hab mich erschrocken, ey! Warte mal, die Brille ist durchsichtig.